Und dann gibt es hier noch irgendwie was interessantes Okay, das war einfach Runde 2 von selbst Oh, rat! You keep winning, I keep paying! Oh, rat! 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 ich möchte die paar tricks hier noch ausprobieren weil ich nicht mehr weiss was genau machen haben sie a und bx nach einem tackling beinbrecher bx und x halten ok wir haben es gleich geschafft drei stück auf einmal ja 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 komm schon ja 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 Nice, Martial-Arsch-Club gemeistert. Nice, 15.000 Shenzhen-Anzug. Nice one. Sorry, ich drücke immer die falsche Taste. Dann gehen wir doch mal zum Cop-Job. Und dann wahrscheinlich gleich noch diesen Cop-Job. Und dann die anderen zwei hier. Ja. Würde ich sagen, dass wir das so machen. Cop-Jobs sind hier. Das ist eigentlich immer recht kurz von da her. Sollen wir das hier schnell erledigt haben? Mal schauen. Ja. 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 Der läuft mir halt voll ins Ding rein. Shit. Ähm, ja. Gut. Hauptsache der Cop läuft mir voll ins Feuer rein in den Lauf. Und die Leute laufen einfach vor das Auto. Ja. 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 Geh, einfach mal auf. Oh, ja. 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 So, jetzt aber. Ja, ich auch nicht. Das ginge, wie gesagt, recht einfach und schnell. Und 20.000 und SWATVAN. So einfach kommt man zu Geld, Leute. So einfach kommt man zu Geld. Jetzt noch ein kurzes Rennen. Das ist eigentlich das Gegenteil. HKPD. Okay, gut. Wenn sich dann jemand wundert, wieso das Fahrzeug hier mitfährt. Ähm, ist mir das ja eigentlich ziemlich egal. Ist das Fahrzeug nicht gerade das schnellste. Was wahrscheinlich zu einem Problem führen könnte. Obwohl das bis jetzt echt recht gut aussieht. Ah, ne. Sie holen wieder auf. Aber da hat wohl jemand einen Info gebaut. Mit der Karte. Da längst ist noch ein Schrein. In der Gasse. Jetzt muss man echt durch die Checkpoints fahren. Das ist ja nicht ganz zumindest. Nice. Das haben wir im Sack. 1,44. Zehn Sekunden schneller. Parkhouse-Service. Ein Akai bringt Ihnen Ihr Fahrzeug, egal wann, egal wo. Das ist nice. Das ist nice. Hallo? Ah, hallo, Mr. Sham. Ihr Fahrzeug sind alle gut zu gehen. Gib mir ein Fahrzeug, wenn du etwas brauchst. Könntest du bitte Stehen bleiben. Okay, mal schauen, ob das klappt. Das letzte Mal lief es ja gar nicht gut, als ich das probiert habe. Okay, einsam wir los. Das zweite auch. Und jetzt? Müssen wir den irgendwo hinbringen. Und dafür bekommen wir dann Knete, oder wie? Glaube ich zumindest. Ah, hier in die Garage. Okay, nice. Das liebt diesmal ganz gut. Erhaltende Belohnung. Erhaltende Belohnung. 10.000. Nox, wenn verkauft. Du hast also Fahrzeuge zum Verkauf. Wie, 105.000, Alter. Und Rollservice. Ich bin ein bisschen nervig mit der Lockierung. Und dann sieht man ja gar nichts. Wahrscheinlich einfach weiss oder schwarz. Dann nehme ich einfach das. Nice. Kein Problem. Dann haben wir gleich ein nächstes Rennen. Und eine Drogenratio. Könnten wir nicht gleich beides nochmals machen? Aber hier ist noch was. Erstmal ein Tresor. Und dort hinten ist auch noch irgendwas. Sind ein paar Leute. Komm schon. Komm schon. No. So. Den könnte ich mir auch noch geben. Danke sehr. Ist ja gut. Ich räume ein Auto weg. Ganz leise, Mann. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. hab ich wirklich alles gekillt ok gut das sage ich nicht nein dazu noch ein Tresor haben wir schon wieder 30.000 eingenommen oder 40.000 sogar ah das war hier haben wir schon wieder 30.000